Hallo liebe Häckelfreunde, heute habe ich dieses außergewöhnliche Tuch für euch entworfen. Es ist einfach nachzuarbeiten, sieht aber phänomenal aus und bietet verschiedene Tragemöglichkeiten mit oder ohne Tuchnadel. Und jetzt wünsche ich euch wie immer viel Spaß und Freude beim Nacharbeiten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Heute verwende ich diesen vierfädigen Bobbel mit dem Namen Herbsttauch von meiner Bobbelträumerei. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Sabine Helfer, die mir diesen Bobbel zur Verfügung gestellt hat und den ich natürlich sehr gerne ausprobiere. Die Sabine macht wunderschöne Bobbels mit tollen Farbverläufen, mit oder ohne Lurexfaden, in vielen Farben und auch mit der gewünschten Lauflänge. Ihr findet meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich da mal hineinzuschauen. Den Link und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich beginne von innen nach außen, häkle zunächst eine Anfangsschlinge, häkle zwei Luftmaschen, drehe die erste um und steche ein, sodass zwei Fäden oben sind und einer unten. hole den Faden durch, masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen zwei, steche in den Querfaden wieder ein, hole den Faden durch, masche eine Masche ab und dann die restlichen zwei, steche wieder in den Querfaden ein, hole den Faden durch, Masche eine Schlaufe ab und dann die restlichen zwei, in den Querfaden einstechen, Faden durchholen, eine Schlaufe abmaschen und dann die restlichen beiden, gezählt wird hier, wo die schönen Maschen sind und ich beginne mit 144, solchen festen Maschen, und wenn ihr das gemacht habt, sehen wir uns wieder, bis bald. Willkommen zurück, ich habe 144 feste Maschen angeschlagen, das sind bei mir 85 Zentimeter ungefähr, der Schalte wird aber länger und jetzt kippen wir das Ganze, sodass die schönen Maschen oben sind, beginnen mit drei Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen und in diese erste Einstichstelle, da wo die drei Luftmaschen herauskommen, häkle ich weitere drei Stäbchen hinein, und dann in jede Masche, die kommt, drei Stäbchen, eins, zwei, drei, also immer drei in eine Masche, eins, zwei, drei, das Ganze beginnt sich einzurollen, durch diese extreme Zunahme, sobald wir ein Stück gemacht haben, sieht man das, es muss sich nicht regelmäßig einrollen, das spielt keine Rolle, wie sich das hier rollt, und wir müssen nur auf eines achten, dass wir in jeder Masche drei Stäbchen haben, das mache ich jetzt die ganze Reihe entlang, und kurz bevor ich mit der Reihe fertig bin, sehen wir uns wieder, bis gleich, willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig, ich habe eine feste Masche noch übrig gelassen, denn in diese müssen wir vier Stäbchen häkeln, eins, zwei, drei, vier, wir haben am Anfang der Reihe vier Stäbchen in die erste Masche gemacht, und auch in die letzte vier Stäbchen und haben jetzt eine Maschenzahl, die teilbar ist durch drei plus zwei extra Maschen für das Muster, und wir wenden, beginnen mit drei Luftmaschen, die zählen als ein Stäbchen, und noch eine vierte Luftmasche für den Abstand, holen einen Umschlag, diese erste Einstichstelle ist somit besetzt, und die nächsten drei Stäbchen behäkeln wir, und zwar häkeln wir drei zusammen abgemaschte Stäbchen, das bedeutet den Umschlag, den wir schon gemacht haben, in die erste Masche, die kommt einstechen, den Faden durchholen, zwei Fäden abmaschen, ein Umschlag, in das nächste Stäbchen einstechen, den Faden durchholen, zwei Fäden abmaschen, ein Umschlag, und das Ganze noch ein drittes Mal, zwei Fäden abmaschen, dann alle zusammen abmaschen, zwei Luftmaschen, und jetzt machen wir auf jedes Dreiergruppe, das hier kommt, immer drei zusammen abgemaschte Stäbchen, also ein Umschlag, den Faden durchs erste Stäbchen durchholen, zwei Fäden abmaschen, ein Umschlag, ins nächste Stäbchen einstechen, den Faden durchholen, zwei abmaschen, ein Umschlag, ins dritte Stäbchen einstechen, den Faden durchholen, zwei Fäden abmaschen, dann haben wir vier Schlaufen auf der Nadel, die Maschen wir gemeinsam ab, zwei Luftmaschen, und wieder drei zusammen abgemaschte Stäbchen, und dazwischen immer zwei Luftmaschen, das sieht so aus, es wird jedes Stäbchen behältigt, und das machen wir die ganze Reihe so, und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder, bis bald, willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig, ich habe jetzt hier noch drei normale Stäbchen, und ein Ersatzstäbchen, habe die zwei Luftmaschen gemacht, häkle noch die letzten drei zusammen abgemaschten Stäbchen, am Schluss noch eine Luftmasche, und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens, das ist unser Randstäbchen, wir haben auch mit einem Randstäbchen begonnen, und wir wenden die Arbeit, und starten wieder mit drei Luftmaschen, das ist wieder unser Randstäbchen, häkeln in die erste Lücke ein Stäbchen, und dann in die Lücken zwischen den Gruppen immer drei Stäbchen, eins, zwei, drei, einfach um den Luftmaschenbogen herum, drei Stäbchen in jede Lücke, das sieht dann so aus, und das machen wir wieder die ganze Reihe so, und dann sehen wir uns wieder, bis bald, willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig, und in diese letzte Lücke häkle ich ein Stäbchen, und ein Stäbchen in die dritte Luftmasche von unten gezählt, so wie wir die Reihe begonnen haben, mit zwei Stäbchen, so endet sie auch, und wir wenden wieder, beginnen praktisch den Mustersatz jetzt wieder von neuem, die erste Reihe beginnt mit vier Luftmaschen, drei Zellen als ein Stäbchen, und eine für den Abstand, und dann häkeln wir über diese Dreiergruppen, die jetzt schon sehr gut sichtbar sind, immer drei zusammen abgemaschte Stäbchen, und zwischen den Gruppen immer zwei Luftmaschen, drei zusammen abgemaschte Stäbchen, über die vorhandenen Dreiergruppen, dazwischen zwei Luftmaschen, und das machen wir wieder die ganze Reihe so, und dann sehen wir uns wieder, bis bald, willkommen zurück, ich bin beinahe mit der Reihe fertig, und die Reihe endet, wir haben hier noch zwei Stäbchen, mit einer Luftmasche, und einem Stäbchen in die dritte Luftmasche, des Ersatzstäbchens, und die zweite Musterreihe, beginnt ebenfalls mit drei Luftmaschen, und einem Stäbchen hier in diese erste Lücke, und dann häkeln wir in jede Lücke, die kommt, drei Stäbchen, drei Stäbchen in jede Lücke, und das machen wir wieder die ganze Reihe so, und am Ende der Reihe sehen wir uns nochmals wieder, bis bald, willkommen zurück, ich bin am Ende der Reihe angekommen, und sie endet, wie sie begonnen hat, nämlich mit zwei Stäbchen, ein Stäbchen kommt hier in die Lücke hinein, und eins in die dritte Luftmasche von unten gezählt, und diese beiden Reihen, die wir soeben gemacht haben, wiederholen wir, bis der Bubble beinahe aufgebraucht ist, und dann sehen wir uns wieder, bis bald, willkommen zurück, ich habe fleißig gehäkelt, habe noch circa 20 Gramm des Bubble übrig, bei mir sind sich 24 Reihen ausgegangen, und ich habe mit so einer Reihe geendet, mit jeweils drei zusammen abgemaschten Stäbchen, und ich wende die Arbeit wieder, und beginne jetzt mit der Abschlussreihe, ich häkle zunächst eine Luftmasche, und in diese kleine Lücke hier häkle ich zwei feste Maschen, dann springe ich in die nächste Lücke zwischen den Gruppen, und häkle drei feste Maschen, drei Luftmaschen, und noch einmal drei feste Maschen, eins, zwei, drei, in dieselbe Lücke, das gibt so einen kleinen Spitz, springe in die nächste Lücke, und häkle wieder drei feste Maschen, drei Luftmaschen, und noch einmal drei feste Maschen, in dieselbe Lücke, springe in die nächste Lücke, und häkle wieder drei feste Maschen, drei Luftmaschen, dann die festen Maschen ein bisschen zur Seite schieben, nach rechts, und noch einmal drei feste Maschen in die Lücke, das Ganze sieht dann so aus, und das machen wir die ganze Reihe hinüber, und an der Ecke sehen wir uns wieder, bis bald. Willkommen zurück, ich bin an der Ecke angekommen, hier haben wir noch die letzte Lücke, da häkle ich ebenfalls drei feste Maschen, drei Luftmaschen, drei feste Maschen, drei feste Maschen, und reäkle dann um jedes Randstäbchen herum, hier seht ihr immer die Randstäbchen, auch immer drei feste Maschen, drei Luftmaschen, drei feste Maschen, und das machen wir bis wir wieder zur Ecke kommen, also diese Schmalseite entlang, und an der Ecke sehen wir uns wieder, bis gleich. Willkommen zurück, ich bin wieder an der Ecke angekommen, habe alle Lücken behäkelt, und jetzt häkle ich hier an der Anschlagskante hinunter, und hier häkle ich nur feste Maschen, und den Faden häkle ich gleich mit ein, den Anfangsfaden, und ich steche hier in jede Einstichstelle, die sich anbietet, und an der nächsten Ecke sehen wir uns wieder, bis bald. Willkommen zurück, ich bin wieder an der Schmalseite hier angekommen, und habe bis in die letzte Masche feste Maschen gehäkelt, jetzt suche ich mir wieder das erste Randstäbchen, und da machen wir es genau gleich wie vorhin, immer drei feste Maschen, drei Luftmaschen, und drei feste Maschen, und wenn wir rundherum gekommen sind, sehen wir uns nochmals wieder, bis gleich. Willkommen zurück, ich bin beinahe rundherum gekommen, und in diese letzte Lücke, wo schon zwei feste Maschen drin sind, also da wo wir begonnen haben, da häkle ich jetzt drei feste Maschen zuerst, dann drei Luftmaschen, und dann noch eine feste Masche, und verbinde mit der ersten festen Masche, da wo wir begonnen haben, verbinde ich zugrunde, häkle noch eine Luftmasche, schneide den Faden ab, ziehe ihn heraus, und ziehe ihn fest, und jetzt müsst ihr nur noch diesen Faden vernähen, und unser wunderschönes Rüschentuch ist fertig. Liebe Häkle-Freunde, ich bedanke mich wie immer, herzlich fürs Zuschauen, hoffe ihr habt viel Freude mit diesem schicken Tuch, und mein nächstes Video ist schon in Arbeit, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Eure Karin aus dem Ländle.